Die Sonne ist auf Erden der Mittelpunkt des Lebens. Auch das Leben von Reptilien ist auf sie ausgerichtet. Deswegen ist es wichtig, die Sonne so gut wie möglich im Terrarium nachzustellen. Die Lucky Reptile Bright Sun ist die erste Terrarienbeleuchtung, die den Bedürfnissen der Tiere wirklich gerecht wird. Dieses revolutionäre Leuchtmittel wurde der Sonne nachempfunden und bietet alles, was Reptilien brauchen. Wärmestrahlung, UVA und UVB sowie viel Licht. Die Besonderheit dieser Lampe ist die hohe Lichtleistung in Kombination mit gesunder UVA- und UVB-Strahlung. Als einzige Reptilienlampe erreicht sie sonnenähnliche Lichtintensitäten. Die Lampe steigert das Wohlbefinden der Tiere. Die Tiere zeigen brillantere Farben und sind aktiver. Auch das Brut- und Paarungsverhalten wird positiv beeinflusst. Darüber hinaus ist sie äußerst sparsam. So können sie einen 160 Watt UV-Strahler mit einer 70 Watt Bright Sun ersetzen. Das spart im Jahr gut 70 Euro an Stromkosten und die Tiere profitieren gleichzeitig von fünfmal mehr Licht. Die Bright Sun gibt es in zwei Varianten. Bright Sun UV Desert für Wüsten- und Steppenbewohner und Bright Sun UV Jungle für Waldbewohner, die sich durch unterschiedliche Lichtfarben unterscheiden. Sie können sich auch vor Ort von der Lichtqualität und Helligkeit der Lampe überzeugen. Ihr Händler hält dafür spezielle Schauterarien bereit. Für den Betrieb der Bright Sun sind spezielle Vorschaltgeräte und Fassungen erforderlich. Es gibt unterschiedliche Modelle, die allen Wünschen gerecht werden und dank Durchdachterkonstruktion einfach zu installieren sind. Ihr Fachhändler berät Sie hierzu gerne. Mehr Informationen zu der Bright Sun entnehmen Sie bitte unserer Broschüre. Sie finden diese gleich neben den Lampen im Regal bzw. bei den Präsentationsterrarien. Hier nochmal eine Zusammenfassung, warum die Bright Sun die perfekte Terrarienbeleuchtung ist. Leistungsfähigste Reptilienlampe überhaupt. Sonnenähnliches Spektrum. Hohe UVA-Leistung. UVB-Strahlung im richtigen Wellenlängenbereich. Gute Wärmeleistung. Sehr hohe Lichtleistung. Optimal abgestimmte Spektren. Bright Sun Jungle für Waldbewohner, Bright Sun Desert für Wüste Steppe. Niedrige Wattstärken bei hoher Leistung. Dadurch hohe Stromersparnis. Praktisch für alle Terrariengrößen geeignet. Überzeugen Sie sich selber von der unglaublichen Lichtqualität. Sie werden begeistert sein. Weitere Informationen über die Bright Sun und das Lucky Reptile Sortiment präsentiert Ihnen die kostenlose Lucky Reptile Informations-DVD. In nahezu zwei Stunden Spielzeit erfahren Sie alles Wissenswerte über die Terraristik. Weitere Informationen und ein umfangreiches Serviceangebot inklusive Tiersteckbriefen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020